heute machen wir kunterbunt was heißt kunterbunt ich mache hackbällchen gyrosart und zwar schöne leckere hackbällchen gewürzt mit dem gyrosrap vom big tax barbecue also deswegen gyrosart dazu mache ich eine art methaxa soße für was ich den wog brauche zeige ich euch dann dann mache ich noch wie gesagt kunterbunt an gewiss reis dazu ich habe jetzt noch zweieinhalb stunden zeit bis es essen gibt fangen jetzt schon mal ganz gemütlich an eine halbe tassen reis kochen den jewish dazu und der jewish reist dann schon fertig den wärme ich dann einfach wieder ein bisschen auf weil da schmeckt es sowieso leckerer habe ich festgestellt ja ich war vorher noch in der badewanne und naja ein bisschen verrückter tag heute und ja ich mache jetzt den jewish reis wenn der soweit dann fertig ist dann zeige ich euch das und dann wird es dann so mehlig langsam schnell gemütlich mit den hackbällchen weitergehen und mit dem gitter so was ich das dann brauche ja dann zeige ich euch übersicht gibt es nachher wenn ich die hackbällchen mache ganz genau bis gleich tja mittlerweile ist der reis soweit fertig oder fast fertig muss noch ein bisschen ziehen ich glaube den muss ich noch ein bisschen nachwürzen ja ich war auch schon draußen habe auch schon die weberkugel vorbereitet kohlen aufgefüllt ich glaube das hat man gerade gesehen und ja jetzt sind es bloß noch ein dreiviertel stunden dann würde ich mal sagen gehen wir rüber fangen wir mit unserem hackfleisch an und das was man noch dazu brauchen attacke dann wären wir bei der übersicht hier für 800 gramm rindschweinfarkfleisch ein ei das kloppen wir gleich mal rein da ist fast komplett zusammen gedroschen man 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 erst einmal die schale wieder raus popeln heute ist mal wieder nicht so ganz mein tag dann habe ich hier zwei scheiben toastbrot wirklich schön klein gebröselt und mit ein bisschen milch versehen oh katze runter da die raste aus bleibt bloß dahinten im eck man und dann kann man schon unseren gyrusgrab rein tun das hackfleisch werde ich nachher natürlich auch noch ein bisschen abschmecken ja und dann ab in die knetmaschine ich habe keinen bock selber zu kneten heute ja warum denn auch wenn das leben so einfach sein kann man die ja nur in die falsche richtung nach drin ist auch doch schön verkneten und dann erst mal probieren und in der zwischenzeit werde ich mal gleich eine zwiebel klein schneiden die lag ja auch schon da drüben für was ich die braucht seht ihr nachher gleich ich habe dich erwünscht und schmeckt leider nicht gut ich habe es geernt dass so was passiert ganz gemütlich doch geknetet ich habe noch gar nicht abgeschmeckt patrizia ich hätte dich ja das jetzt auch probieren lassen aber du darfst kein rohes hackfleisch probieren naja ein bisschen was von dem rab können wir noch rein tun und dann kneten wir das halt noch mal gescheit unter und danach geht es dann los mit den bällchen formen aber jetzt ist soweit fertig und jetzt wird sich jeder wahrscheinlich schon denken können mit den gitter und den zwiebeln die werden wir hier einfach großzügig mit darauf verteilen extra nicht zu klein geschnitten ja dann können wir uns immer hackfleisch nehmen kleine bällchen formen in größe wie man möchte das bleibt natürlich jeden sich selbst überlassen ob kleiner ob größer und dann schmeißen wir die da einfach drauf und der schöne vorteil dann man braucht bloß einmal wenden oder mit einmal wenden ist dann alles umgedreht ja das ist der größte vorteil der zwiebelsaft kann schön mit ins hackfleisch mit beim grillen wunderbar so mag ich das das dauert jetzt eine weile ich zeige euch dann das ergebnis beziehungsweise wenn wir das gitter zu klappen ja sehr okulytenhaft geworden ja ein bisschen gepresst werden sie aber das ist ja in ordnung und so nehmen sie jetzt mit raus am grill eine viertel stunden noch dann soll das essen fertig sein leute gehen wir gleich raus feiern wir den grill an tam 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 ja rein mit dem zeug schönen hinteren bereich dass man vorne wieder indirekt haben rein mit dem gitter stellen wir hier jetzt vorne rein tun wir natürlich zwei dreimal drehen und wenden grillen so und wie gesagt drehe ich das ganze ein paar mal um dann wird gespannt wie man die nachher herauskriegen wenn die jetzt schon das geht da durchquellen beim nächsten mal trägt so rum und dann wieder so rum und ja von allen seiten halt so freunde bevor mir jetzt die zeit davon läuft wie schön warm ich habe es vorher noch mal gewendet jetzt nächste mal wenden so rum könnte man eigentlich auch gleich machen ja jetzt ist es wirklich so weit dass ich mich doch wieder ein bisschen beeilen muss weil ich habe auch noch eine andere verrückte idee bekommen schade da fallen ein paar zwiebeln raus macht nichts nicht so schlimm ja und so lasse ich sie jetzt einfach noch bis sie fertig sind aber wir gehen jetzt wieder rein und da geht weiter eine schüssel eine zwiebel ding salat fällt mir jetzt der name gerade nicht ein ja und warum nicht mein tag heute wie es vorher gesagt habe ich mache einen kühlschrank auf und mir fliegt tzatziki raus ja auf die idee bin ich jetzt noch gekommen ich wollte eigentlich tzatziki zum dazu essen aber ich mache jetzt noch einen tzatziki salat die zwiebel ein bisschen kleiner häckseln nicht zu klein einen salat in so kleine streifen schneiden tzatziki darunter mischen fertig abschmecken vielleicht noch mit ein bisschen salz und naja schauen wir wie das schmeckt das mache jetzt alles und ich zeige euch nachher natürlich das ergebnis ob das natürlich jetzt hier so eine gute idee ist ich weiß es noch nicht das werden mir und dann die mädels beantworten naja wie gehst du jetzt auf hier ich werde wahnsinnig die rast heute noch aus erst liegt darunter geht kaputt dann will er nicht aufgehen man was ist es heute ja man hätten tzatziki auch komplett selber machen können bla bla blub habe ich aber nicht entweder nennt man es tzatziki salat oder erweitertes tzatziki so und den probiere ich jetzt muss ich noch irgendwas dazu sagen geile idee nachmachen hier steht schon das letzte gedöns einmal der metaxa ein bisschen tomatenmark verdammt da wollte ich eigentlich noch ein bisschen was ins hackfleisch schneid tun habe ich vergessen macht nix und zwei becher sahne und das ganze machen wir im wok ja und da kommen dann auch unsere hackbällchen mit rein gehen wir rüber an den herd heiß 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 so leute sehen sie so nicht allein schon mal richtig geil aus die zwiebeln was daneben klein sind habe ich natürlich mitgenommen ja und mittlerweile geht es sogar schon so rum so rum jetzt müssen wir hier bloß noch die ganzen bolle raus bringen das geht sogar recht gut wunderbar wunderbar dann können wir die gleich in die schale daneben bei eben dran rein tun und dann weg mit dem zeug können wir mit unseren süßchen anfangen dann können wir jetzt endlich mit der soße anfangen jetzt weiß ich warum der herd vorher aus war ich habe die falsche platte angemacht und da hat sich der herz von selber aus geschalten so was aber auch ja ja aber mich beschuldig hier klatschen wir jetzt gleich mal unsere zwei becher sahne rein ja verdammt falscher fehler was hast du gemacht was wollte ich wollte zuerst das tomatenmark ein bisschen anbrutzeln jetzt geht es halt ohne anbrutzeln ja da warten wir halt nur mit dem zweiten becher sahne heizen wir mal schnell auf ich sage heute ist mal wieder nicht mein tag warum mache ich an solchen tagen eigentlich videos na ganz einfach weil ich hunger habe du auch es ist wirklich jetzt eine verdammt schnell variante von mit haxa soße ich werde die auch jetzt nicht extra nachher noch würzen weil ich denke in den fleisch bollern ist genügend geschmack drin was heißt nicht würzen soße fertig was du warst jetzt die ganze zeit nicht da ist nachher einfach ich gehe am arbeiten vielleicht werde ich fleißig behauptest du jetzt so ich werde dir auch fürs fenster rausgucken bezahlt ja es ist bei busfahrern so dass die fürs fenster rausgucken bezahlt werden so dann tun wir gleich unseren mit taxa mit rein das muss ausreichen einmal leicht auf köcheln lassen was hältst du davon irgendwie soll das jetzt schmecken ja weiß ich noch nicht in verbindung mit dem fleisch bollern ganz gut ja aber das tausend brauche ich einen geschmack das kann doch noch gar nicht schmecken das schmeckt nach ja dann mach jetzt muss ich wieder rechten ja ich habe ja noch nichts kaputt gemacht ich habe ja noch nichts rein also es fehlt salz es fehlt pfeffer ja dann hau rein wenn es nachher überwürzt ist weil die fleisch boller zu viel geschmack haben bist du schuld so einfach ist das heute he 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 fällst du jetzt Schmeckt irgendwie seltsam. Jetzt muss ich es mal probieren. Schmeckt genau richtig. Das schmeckt genau richtig. So, jetzt noch einmal ganz kurz aufköcheln. So, jetzt fliegt man auch noch das Zeug aus der Hand. Leute, ich würde sagen, fertig. Ich tue jetzt anrichten und dann zeige ich euch mein Tellerchen. So Freunde, und es sieht das da nicht jetzt richtig lecker aus. Und das probieren wir jetzt. Und das Wasser. Den Salat habe ich ja schon probiert. Der ist ja echt eine geile Idee gewesen. Dann der Duvitschreis. Hat noch nachgezogen. Der ist aber gar nicht mehr heiß. Ja. Hast du den schon länger gemacht? Den habe ich schon vor längerer Zeit gemacht heute. Aber schmeckt lecker. Und jetzt hat das Hackfleisch mit der Soße gleich. Geil. Auch richtig leckeres Durcheinander. Geil. Ich finde es richtig, richtig, richtig geil. Gut, nach drei Tagen nichts zum Essen bekommen, schmeckt einem wieder was. Schatz, wie schmeckt es dir? Wie du hast drei Tage nichts zum Essen bekommen. Ja, da musst du ja noch das Brot weg und die ganzen Würste, was wir gehabt haben. So ein Glück hatte ich doch noch was zum Essen gehabt. Ja. Schatz, wie schmeckt es dir? Sehr gut. Ein bisschen mehr, wollen wir schon hören? Das ist ja jetzt schon das Fazit. Ja, der Reis ist ein bisschen kalt. Ja, ich weiß, dieses kleine Malheur mit der Herdplatte einschalten vorher. Schmeckt aber gut. Sonst wäre der jetzt ein bisschen wärmer gewesen. Schmeckt gut. Patricia? Mir schmeckt es auch ganz gut. Sehr lecker. Gut. Tja, Leute. Was soll ich sagen? Wazit ist gesprochen. Ein sehr leckeres Menü. Drinnen, draußen, überall war ich. Habe es gemacht. Habe es hergerichtet. Das Essen zubereitet. Was wollt ihr mehr? Däumchen nach oben. Abo wäre ganz nett. Mit wollen wir uns spricht man nicht. Tchaikovsky. Däumchen. Das Herz cruel, irgendwie, angrilyn fährung. millennOT. Vielen Dank.